Hallo meine Freunde, was geht ab? Im heutigen Video geht es mit der Reihe Vorgestellt weiter, in der ich euch unterschiedliche Waffen im Detail erläutern und darstellen werde. Im ersten Video habe ich ja bereits die AS-Wall vorgestellt. Heute soll es mit der CR-65 Amex weitergehen, bei der ich euch alle relevanten Basisdaten aufzähle, im Detail auf die Rückstoßmuster einzelner Ausrüstungsgegenstände eingehe, mit euch die Time-to-Kill der Waffe bespreche und abschließend relevante Klassenbilder, die ihr gerne in Huarzone einsetzen könnt. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Washbar und ich bringe regelmäßig neuen Call-of-Duty-Content, der sowohl den Modern Warfare Multiplayer, COD Warzone, aber auch zukünftig Black Ops Cold War betreffen wird. Um in Zukunft nichts zu verpassen, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Insgesamt haben 96,9% der Leute, die meine Videos schauen, noch kein Abo dagelassen, weshalb ich mich sehr über eure Unterstützung freuen würde, indem wir den Wert etwas nach unten drücken. Um keine weitere Zeit zu verlieren, springen wir jetzt ins Video. Gewohntermaßen beginnen wir hier mit den Basisdaten. Ein Treffer der Amex-Kugel macht dabei in die Brust entweder 42, 38, 33 oder 28 Schaden. Die unterschiedlichen Schadenswerte hängen dabei von der Entfernung ab. Von 0 bis 24 Meter macht man 42 Schaden, von 24 bis 35 Meter macht man 38 Schaden, Von 35 bis 47 Meter macht man 33 Schaden und ab 47 Meter macht man 28 Schaden. Die Entfernung, bei dem sich der Schaden reduziert, bleibt beim Treffer in den Kopf, in den Bauch oder in die Arme und Beine gleich. Die Treffer in den Bauch machen 35, 32, 28 oder 24 Schaden. Weiter geht's mit den Kopftreffern. Natürlich machen die am meisten Schaden mit 56, 51, 45 oder 38 Schaden. Und final die Treffer in Arme und Beine, die 35, 32, 28 und 24 Schaden machen. Diejenigen, die gerade aufgepasst haben, ist natürlich aufgefallen, dass die Schadenswerte bei Arme, Beine und auch Bauchtreffern gleich sind. Entsprechend macht es keinen Unterschied, wo man trifft, egal auf welchen Distanzen. Der Schaden ist der gleiche. Von den Schadenswerten springen wir rüber zum Magazin. Das kann man entweder standardgemäß mit den 30 Schuss spielen oder eine Erweiterung auf 45 Schuss auswählen. Die Nachladezeit beträgt dabei 2,25 Sekunden. Die Feuerrate mit 630 ist nicht die schnellste, wie beispielsweise bei der AS Val oder bei der UM7, aber auch nicht so langsam wie bei der SCAR. Auch die ZV-Geschwindigkeit mit 279 Millisekunden entspricht den üblichen Sturmgewehren. Bei der Kugelgeschwindigkeit von insgesamt 587 muss man schon sagen, dass diese etwas unterm Durchschnitt ist. Denn ist zum Beispiel die AS Val bei der Kugelgeschwindigkeit noch schlechter, aber die klassischen Meterwaffen, wie die Kilo oder Grau, haben jeweils eine Kugelgeschwindigkeit von 720. Im Endeffekt braucht die Kugel also mehr Zeit, bis sie nach dem Abdrücken den Gegner trifft. Um vor allem den Rückstoß genauer bewerten zu können, schauen wir uns jetzt meine Schießstandergebnisse an. Für die Leute, die mein AS Val Video noch nicht gesehen haben, die grünen Punkte stellen den Rückstoß ohne Aufsätze dar, während die orangen Punkte jeweils einen Aufsatz darstellen, der entweder über dem oder unter dem Rückstoßmuster gekennzeichnet ist. Um wirklich auch eine Bezugsgröße zu haben, habe ich den Rückstoß ohne Aufsätze jeweils immer daneben gestellt, um euch das Rückstoßverhalten deutlicher zu machen. Zunächst mal schauen wir uns die Bündungsbremse an, denn die verringert den Rückstoß schon um einiges, im Vergleich zum Standardrückstoß. Der Kompensator verhält sich da ganz ähnlich und hat auch eine Rückstoßverringerung. In Chodusa ist der erste Lauf, den man auswählen kann, und dieser verschlimmert den Rückstoß um einiges. Eine Alternative als Lauf wäre der XRK-Lauf, der auch meiner Meinung nach der gängigste ist, weil dieser zusätzlich die Reichweite erhöht und wie ihr seht den Rückstoß auch um einiges verringert. Zusätzlich sind die einzelnen Kugeln nicht mehr so weit auseinander, also die Streuung wird um einiges verringert. Was dazu führt, dass ihr viel präziser mit eurer Waffe seid, denn ihr habt nicht mehr diesen Bounce nach links oder rechts, wo einzelne Kugeln am Gegner vorbeifliegen. Der Kommando-Vordergriff grenzt vor allen Dingen den vertikalen Rückstoß ein, denn vor allem die oberen 10 Schüsse werden durch den Kommando-Vordergriff ziemlich stark nach unten gedrückt. Auch der Söldner-Vordergriff grenzt den vertikalen Rückstoß stark ein, der aber im Vergleich zum Kommando-Vordergriff natürlich noch etwas ZV-Geschwindigkeit dafür abgeben muss. Der Ranger-Vordergriff verhält sich da ganz ähnlich. Der Operator-Griff, oder auf Deutsch eher der schützende Vordergriff, ist dabei nicht ganz so stark wie der Ranger- oder auch der Söldner-Vordergriff, denn gerade für den horizontalen Rückstoß sind diese beiden vorherigen besser geeignet. Als vorletztes haben wir jetzt noch das gummierte Griffband, das sich vor allem bei den letzten Schüssen bemerkbar macht und da auch den vertikalen Rückstoß eingrenzt. Entschließt man sich dazu, die Amex ohne Schaft zu spielen, könnt ihr es auf dem Bild sehr gut erkennen, dass der Rückstoß völlig ausartet. Mit dem Aufsatz wird die Streuung größer, aber auch der vertikale Rückstoß sehr viel höher. Soviel erstmal zum Rückstoß, jetzt geht's rüber zur Time-to-Kill. Womit kann man die Amex besser vergleichen, als mit der momentanen Meta-Waffe, der Kilo? Deswegen in orange einmal die Amex dargestellt und in pink die Kilo. Übrigens für die Leute, die sich gerade fragen, wie ich diese Statistiken hier erstellt habe, schaut einfach gerne mal bei True Game Data vorbei. Den Link packe ich auch in die Beschreibung und dort wird es euch ermöglicht, verschiedenste Waffen zu vergleichen. Übrigens bei dieser Time-to-Kill, die hier dargestellt wird, gehen wir von 250 Leben aus, also einer vollen Lebensanzeige plus zusätzliche drei Platten. Auf der X-Achse haben wir wie sonst auch immer die Distanz zum Gegner und auf der Y-Achse die Time-to-Kill. Im ganzen Graphen sehen wir keine Schnittpunkte, das bedeutet, dass die Amex auf allen Distanzen stärker ist als die Kilo. Natürlich müssen wir dabei im Hinterkopf haben, dass kein Rückstoß berücksichtigt wird und auch zum Beispiel die Kugelgeschwindigkeit von der Amex viel langsamer war als die bei der Kilo. Zur Folge hat es natürlich, dass die Amex auf dem Papier auf allen Distanzen besser ist als die Kilo, aber in der Praxis aufgrund der Kugelgeschwindigkeit und vor allem dem hohen Rückstoß doch einige Nachteile hat. Um vor allem diese Nachteile zu minimieren, schauen wir uns im nächsten Schritt die unterschiedlichen Klassen an, die ich für Warzone empfehlen würde. Da ich keinen großen Sinn sehe, diese Waffe als Secondary zu spielen, sprich als Nahkampfvariante, würde ich euch gerne unterschiedliche Optionen zeigen, die ihr in Warzone anwenden könnt, indem ihr die Waffe ganz normal als primäre Waffe für Fernkämpfe und vor allem für Midrange nutzen könnt. Zunächst rüsten wir dafür bei der Mündung den Schalldämpfer Monolith aus. Für den Lauf wählen wir den XRK Zodiac S440, denn wenn wir uns zurückerinnern an den Rückstoßtest, hat dieser dafür gesorgt, dass der Rückstoß verringert wird, aber auch die Kugelstreuung nicht so stark ausfällt und somit weniger Schüsse am Gegner vorbeigehen. Natürlich für Warzone auch sehr wichtig ist die erhöhte Reichweite, die wir dazu bekommen. Wir machen weiter mit dem Visier, wo ich das VLK Dreifachvisier auswähle. Bei Visieren ist es natürlich immer Geschmackssache, ich spiele immer sehr gerne mit dem, da dieses noch einen kleinen positiven Nebeneffekt hat, in dem die Rückstoßkontrolle etwas verbessert wird. Ja, ich weiß, beim Visier selber steht jetzt nicht direkt da, dass dadurch die Rückstoßkontrolle verbessert wird, aber glaubt mir, es gibt einen Grund, warum alle das Dreifach-VLK-Visier spielen und genau dieser ist es. Als Unterlauf wähle ich dann den Kommando Vordergriff und als Magazinerweiterung die 45 Schuss. So würde die erste Version der Amex aussehen, die ich aber selber in gewissen Situationen und Momenten noch etwas anpasse. Wenn ihr zum Beispiel sehr gut ohne Visier klarkommt, könnt ihr das natürlich runternehmen, dafür den taktischen Laser ausrüsten, um eine schnellere ZV-Geschwindigkeit zu haben und im Anschluss den Kommando Vordergriff mit dem Söldner Vordergriff auswechselt. Der Söldner Vordergriff hat nämlich den Rückstoß noch etwas besser gehandelt als der Kommando Vordergriff, den ich vorher aber nicht benutzen konnte, weil mir sonst die ZV-Geschwindigkeit viel zu langsam geworden wäre. Jetzt mit dem Ausgleich, dem taktischen Laser, ist das aber möglich. So sieht also die zweite Version der Waffe aus, die ich auch jeden ans Herz legen kann. Mit den Loadout-Empfehlungen sind wir jetzt ans Ende des Videos gekommen, deswegen würde ich euch bitten, mir gerne einen Like dazu lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat, auch natürlich zu abonnieren und schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, welche Waffe ihr euch als nächstes wünscht. Habt ihr Interesse an einer genauen Darstellung der Kilo oder eventuell der WM7, lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.